So ihr da draußen, willkommen zurück hier bei Dead Island. So, heute ist Heiligabend. Schön! Und freut ihr euch auch schon, so wie ich? Heute geht's ab, heute wird man beschenkt. Heute Abend gibt's Geschenke. Oh, da freu ich mich schon richtig drauf. Wobei, ich kriege ja eh nichts mehr. Ich bin schon zu alt für den ganzen Kram. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr noch beschenkt werdet. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr noch was bekommt. Also bei mir ist das schon lang vorbei. So, schauen wir mal kurz hier hinten. Da sind nämlich auch manchmal Waffenkisten und so, ne? Aber wie gesagt, bei mir ist das, oje, das ist schon lange, lange, lange her, dass ich mal was bekommen hab. Also ich bekomm so Kleinigkeiten schon, aber dass ich jetzt wirklich was geschenkt bekomm. Oje, das ist wirklich schon ne Weile her. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben hier automatisches Gewehr, Metallknüppel. Müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier noch für Waffen? Die könnte man mal verkaufen irgendwann. Was ist eigentlich mit der hier? Wieso habe ich die nicht dabei? Ach, die konnte ich nicht nehmen, stimmt. Wollen wir mal austauschen gegen die? Sehr klar. Wir machen jetzt eh die Hauptquest weiter, stimmt's? Ich glaube ja. Ja, da müssen wir mal einen Händler suchen und mal alles verkaufen. Aber ich glaube, in den verdammten Scheißdschungel gibt's nix, wa? So, egal. Wir machen mal weiter. Die Hauptquest. Genau. So, begib dich zu Afransdorf. Rede mit Matutero. 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 Okay. Wären wir tun. Der Hammer ist kaputt. Okay, dann kann man den Baseballschläge behalten. Beziehungsweise Fahrzeug? Ich glaube ja nicht, ne? Hier ist, glaube ich, alles am Arsch. Naja. Ah, doch hier. Da gibt's was. Seht ihr? Yeah. So, ich weiß nicht, wie viele Leute den Part angucken werden. Vielleicht sind's morgen etwas mehr. Weil ja bestimmt viele heute gar keine Zeit haben zum Let's Plays schauen. Die werden ja sehr beschäftigt sein mit ihrer Familie und so, ne? Geschenke verpacken. Ich hoffe, ihr habt schon alles erledigt. Oh je, oh je. Sonst wird's knapp heute. Aber 24 sind aber auch immer die Läden so voll, ne? Da könnte man eigentlich fassen. Oh mein Gott. Die Freaks, die schießen schon wieder auf mich hier. Da ist brutal, dort vorbeigehen. Das ist nicht so gesund. Aber ich war echt gespannt. Waren wir schon mal in dem Dorf? Ich glaube ja nicht, ne? Ich weiß nicht mehr, ob ein Weg überhaupt da drin führt. Egal, wir lassen uns Zeit. Wir haben die Zeit, wir nehmen sie uns. Wir werden gemütlich da zum Tuckern. So. Äh, hier ist... War ich hier in dem Gebiet eigentlich schon mal? Hm. Gute Frage. Ich glaube ja nicht. Ich habe mich da echt leicht überfragt. Vor allem ist es ruhig. Hier sind kaum Zombies gerade, ne? Weil ihr könnt mir vorstellen, hier sind Wasserleichen drin. Ah, jetzt habe ich wieder einen gehört. Und so ein Ding gerade, wie ich es gesagt habe. Ich weiß nicht, ob das im Dorf unten gewacht ist oder so. Irgendwelche Einheiten. Oh. Auf jeden Fall sind hier... So ist es aus wie Zombies. Oh, dann lass den mal herkommen. Komm. Oh ja. Aber hier gibt's... Oh. Scheiße. Hier gibt's zwar Leute, aber die sind... Nicht gerade nett zu uns, ne? So, lass mal am besten mal das Auto hier oben stehen. Und steig aus. So, dann gucken wir mal, ob wir noch irgendeine Mission haben. Wir haben sogar ein bisschen Band. Wobei zu tippen. Da hat gerade immer einer auf uns geschossen. Oh. Dort ist einer. Ich habe mich mal gesehen, Alter. Ich habe mal... Durch den Nebel durchgekillt. Ist da auch noch einer? Ach, hinter der... Wand. Oder so. Glitscht da durch die Wand, der Arsch? Ne, da ist sie doch. So, einmal. Ist da nochmal einer? Nebendran? Ne. Was schießt denn der? Ja, der schießt gar nicht auf mich. Ja gut, auch nicht schlecht. Dann habe ich schon meine Ruhe. Ist mir jetzt auch ein Fahrzeug. Für später. Ich muss schon wieder wegkommen. Neb den doch. Ne. Gut. Oh, ich glaube, ich muss da hoch, ne? Na? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es vielleicht ein bewohntes Dorf ist, dass wir hier vielleicht irgendeine Ruhe haben. So, hier hat mehr Stress. Super. Oh, das ist gut. Diese Waffe hier lobe ich mir. Die steht genau in die Richtung. So, das ist ja noch. So, ich muss da auch ein bisschen aufräumen hier. Muss noch einer? Oh. Na, warte. So, wir werden mal ein bisschen analysieren. So, wieder lebt noch. Headshot. Perfekt. Was ist das? Komm, noch ein paar hier. Was ist los? Ich glaube, die haben Maschinengewehre, ne? Gut für mich, schlecht für die. Okay. Geld haben sie auch. Na. Die Menschen haben eigentlich immer ziemlich viel Geld dabei, das ist nicht schlecht. So, was haben wir da noch Schönes? Deodorant. Das kannst du brauchen hier im Dschungel, wa? Jetzt den nächsten ab. Geld. So, schwere Pistole. Oh, das ist normal. Da kommt welche. Scheiße. Wo sind sie? Da drüben ist einer, der schießt auf mich. Ist da oben vielleicht auch noch so ein Gewehr? Autsch. Boah, verdammt. Ich glaube, die anderen sind alle unten. Aha. Der hat ein Maschinengewehr, der Sack. Ohohohohoho. Junge, Junge. Das war geil. Na. Na komm, schau mal. Komm. Mist. Yes, Baby. So, wo ist der bittere Rest? Scheiße. Ohohohoho. Ist da nochmal einer? Also Headshot bringt wirklich was bei Menschen, bei Zombies überhaupt nicht. Ich muss ja auch gar mal kurz gucken. Die haben doch hier. Gewehrmunition. Genau. Sollte ich vielleicht mal ausrüsten? Ha. Wo? Scheiße. Das ist doch bloß, wenn ich mich zunehmen kann. Komm. Ist schon die Schnauze voll, oder was? Komm schon. Da ist er. Wie, schon wieder Schnauze voll. Meint ihr, gibt's Baupläne, oder so? Ah, den Facken gibt's. Vielleicht ist da was drin. Warte. Geld. Na ja, hier wird ich wohl kaum irgendwie eine Waffenkiste, oder so, oder? Das dürfte schon sein, eigentlich. Muss man nur mal suchen, vielleicht finden wir ja was. Die ist schlechter. Die ist auch schlechter. Wir haben eigentlich eine richtig gute Waffe bekommen, hier, ne? Damals. Ich glaube, der ist da noch. Komm. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ich treffe ihn nicht, aber er trifft mich. Alter. Jetzt aber. So. Oh, du bist ein bisschen dreckig. Der tarnt sich. Verdammt. Verdammt. Oh, Mist. Komm raus. Geh ans Fass. Und ich spreng dich in die Luft, du Arsch. Trottel. Ah, Essen, trinken, nicht vergessen. Ich nehme mal mit. Na, wie ist das? Können wir nicht mehr durchsuchen? Egal. Die Gasflasche kann man vielleicht noch gebrauchen, hier. Was ist der? Wow. Das hat weh getan. Aus Entfernung ist die nicht wirklich gut. Komm. Der wird doch glatt, so ein Zombie-Spiel aus einem Ego-Shooter. Äh, zum Ego-Shooter meine ich. Ha. Das kann man doch auch in die Luft jagen? Nee, blau geht nicht. Schade. So. Oben war noch eins. Nee, zwei waren es nicht nur einer. So. Ich glaube, jetzt haben wir sie. Wow. Kommt ihr her? Shit. So. Einfach aus dem Nichts kommen sie angerannt. Was hat der dabei? Cash. Das ist so eine Waffe. Ja. Nicht gut. Auch nicht gut. Schade. Toll. Da sind nur welche. Okay. Oh shit. Oh shit. So. Okay. nicht weg drücken, was denn das für ein Müll, naja, was soll es, scheiß drauf, lass mal klingeln, ich kann es nicht mal weg drücken, ey, so, jetzt, jetzt ist es weggedrückt, nee, brauchen wir nicht, ja, klar, am Heiligabend, wisst ihr ja, wie es ist, haben wir natürlich gefragt, wie wir Glückwünsche und blablabla und dann kommt ihr und bla, wir sind heute auch nicht da, ne, beziehungsweise ich, ich gehe später noch weg, dann ist es ganz normal, Scheiße So Jetzt machen wir hier nur kurz, einen Moment, ich bin gleich wieder da, ich bin kurz das Telefon abgeschalten, dass man diesen Bart noch ungestört erleben kann So Es ist ruhig Naja, hab ich gedacht, dass es da ist Bewegen ruhig Jetzt geht es gerade weiter hier Verdammt Jetzt müssen wir ein paar Vitamine zu sich nehmen Oh Mann, die Musik ist nicht gut Ich befürchte, irgendwie was Großes, Böses kommt Wir sind ja eigentlich noch nicht am Ziel Kann ich da gerade ein komplettes Dorf befreien, oder was? Oha Okay Die scheiß Punker, die gehen mir auf den Sack Mal wissen, ob nicht gleich ein Zombie um die Ecke gerannt kommt Aber ich glaube eher nicht, weil die haben sich hier Komplett abgeschottet Ist der oben, oder? Oh je, oh je Schau mal hier auf der Karte Wie viele Gegner da sind Oh, Mist So, jetzt haben wir kaum noch Munition übrig Dafür Kohle ohne Ende So So, da gibt es wieder Munition Shit Revolver raus Ist der tot? Der andere, ja Da ist er Oh shit Jetzt stir Yes Baby Geht doch So Die ganzen Gewehre sind alles scheiße Also scheiße ist, wenn man das Geld einsammeln von denen Auch crap Die nehmen wir mal lieber mit Liegt auch nur ein Fass No, 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 no Oha Töte Afran Ach, wir müssen den Typ töten Okay Den kriege ich jetzt Boah, die sind aber gut geschützt, ey Ach du scheiße Können wir ein bisschen schwierig werden Oh man, da sieht nur gar nichts Nein, das ist weiter Scheiße So, jetzt haben wir ein paar angezündet mal Ich würde sagen, das ist der Obermacker Wenn wir mal einiges an Munition brauchen Da sind der andere Wichser Da oben Junge, Junge, was der aushält Haben wir noch was zu werfen? Vielleicht Toll Wir könnten ihn mit Alkohol bewerfen Super Der trifft uns genauso gut wie ihn Vielleicht tun wir mal versuchen Moment mal, da oben ist noch ein Fass So, der ist auf jeden Fall, glaube ich, tot Mist, wir haben nicht mehr so viel Munition Wo ist er jetzt? Da Shit Ach, Granaten gibt's So So Jetzt wird sich vielleicht noch das Medikip benutzen So, jetzt Wo hab ich jetzt die scheiß Granaten hin? Ah, scheiße Ich hab meine Waffe verloren Ah, fallen lassen Scheiß Alkohol Lass mal weg So, die Waffe nehmen wir nicht mal mit Die ist nämlich gut Alter, 501 Was macht denn die hier? Uhuhuhu Die nehmen wir mit Die Magnum wieder rein Und natürlich Das Gewehr Äh, Moment Wieso hab ich jetzt zwei? Ne, das kann man fallen lassen Lieber die Granaten Schauen wir mal, ob wir eine Granate kriegen Komm Oh, die ist, glaube ich, gut gelandet Oh, hat's ihn gerissen Yeah Begib dich aufs Boot Scheiße, erleben wir aber noch welche Der Typ hat auch bestimmt richtig gut Äh, Dienst dabei Waffen oder so Oder Kohle Heiliges Scheiße Oh Da liegt ja immer noch einer So, jetzt nicht mehr Komm wieder hoch zu dem? Ungeladene Gast Oh So Ähm Jo, das nehmen wir mit Erstmal eine Dosis setzen Hochgehen und schauen Ob der was dabei hatte Wo ist er? Wie jetzt? Na super Wie billig Ey Schrotflinte Schrotflinte Ach, die kann ich noch gar nicht nehmen Stimmt Die Magnum Das Gewehr Schlechter Schlechter So, hier ist das Boot Was für eine schöne Weihnachtsfolge Ich bin mal gespannt, wo ich rauskomme Gehen wir da schöne Waffe? Doppelklinge Brauchen wir nicht So, und Wir müssen es Ne, halt Wir müssen es reparieren Hier Ah, genau Segel zum Dorf am Fluss So sieht es aus Oh, da gibt es eine Belohnung Cash Und natürlich eine neue Quest Natürlich Ich werde versuchen Okay, los geht's go Wir sind hier Wir sind hier Einen wunderschönen Tag Tschüss Freunde Ciao Ciao